Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Im letzten Part haben wir ziemlich die Zeit überzogen, aber wir befinden uns auch in einem riesigen Kampf hier, also ist das schon in Ordnung irgendwie. Und wir wenden jetzt erstmal hier die Runde. Schauen, was der Gegner so anzubieten hat. Ja, der kreift natürlich hier Will an. Aber er trifft wieder nicht. Will, du bist gut im Ausweichen, definitiv. Schwein gehabt. So, der kreift natürlich jetzt Zane an. Ah, tut weh. So, da ändert auch noch eine Lanze. Und die Gäste ignorieren sie. Kann ich reden? Ja, ich kann reden. Dann redet mal, ihr beiden. Lindis! Hollywood, ihr habt's geschafft! Florina sagte uns, wo wir euch finden können. Wir sind gekommen, um euch zu helfen. Ich danke euch. Das war's. Ich hätte gedacht, ihr macht hier ein bisschen mehr Freude. Friede, Freude, Eier, Kuchen. Welches Level bist du eigentlich? Level 3 nur? Was ist das? Komm, hier. Greif an. Halt! Hier. Greif an. Jetzt bist du denn sonst ein Krieg aus dem Reiter, wenn du nicht aus der Ferne angreifen kannst, ne? Aber auch du. Ja, war klar. Fuck. Okay, dann doch, du lieber. Mit dem Langsperr. Du hast gerade keinen gescheiten Sperr, ne? Aber wenigstens Level abpasst. So, Stärke und Geschicklichkeit. Schön. So, dann greifen wir bitte den Typen an. Volltreffer, schon wieder Sane. Also, Sane haut gerade ordentlich rein. Schon im letzten Part. Ist natürlich sehr praktisch, meiner Meinung nach. Kommst du in das Haus auch rein? Ja, kommst du. Ah, verdammt. Wer kommt denn da oben? Bergleute. Eisenlanze, bitte. Damn. Kein Schaden. Schön. Auch gut. So, du gehst nämlich bitte hier mal in das Haus und besuchst hier mal. Auch wenn du angreifen hättest können. Seid ihr einer von Ellie Wood Soldaten? Euer Auftreten führt zu dieser Annahme. Die Dörfler sagen, ihr könntet einen Gegner in einem Wimpernschlag besiegen. Wenn ich älter bin, werde ich auch so flink sein. Wartet nur ab. Schön. Ähm. So, hier drüben wir Sane. Komme ich zu dir schon hin? Nein, komme ich nicht. Schade. So, euch alle mit hinterherziehen. Und euch letzten Endes aus. So, jetzt muss man hoffen, dass Zane nicht allzu viel abkriegt da oben. Äh, greif doch mein Zelt nicht an, du Sack. So, du greifst Lone an. Was sich überhaupt nicht stört. Und dadurch gibt's noch ein Level-Up für ihn. Level 6. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, du greifst natürlich Zane an. Das war mir schon irgendwie klar. Triffst auch. Oh, du greifst zweimal an, du Sack. Das wäre gefährlich gewesen. Ach, und da unten werden wir auch noch angegriffen. Na, wunderbar. Ah, sehr schön. Sehr schön, zweimal an zu greifen, Lone. So, der greift natürlich jetzt auch Zane an. Ist aber im Nachteil. Trifft mich aber trotzdem. Okay, ich muss definitiv Zane jetzt irgendwie retten. Das kann nicht abgehen. Wenn Lone irgendwie eine Mega-Verteidigung hat, kann das sein? Also, irgendwie ist das ja schon krass, was der gerade macht da oben. Oh, fuck. Puh, damit hab ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Fuck. Okay. Ich muss Zane jetzt fliegen. Priscilla. Das wird ihn bestimmt aufmuntern, dass jemand wie du ihn heilt. Oh Gott, ey. Gut, hol mal den erstmal weg. Sam. Meine Fresse. Asin stoppt dadurch natürlich jetzt sehr viel Erfahrung ab. So, du kannst wieder mal den Typen machen. Und Kent hilft dir am besten dabei. So. Sehr gut. So, du kommst hinterher. Und greifst wieder mal mit dem Langsperr an. Sehr schön. Haben wir den auch weg. So, diesmal können wir übrigens wirklich den Pegasus-Ritter nutzen. Was wir ja beim letzten Mal ziemlich gefällt hatten. Warte mal. Oh, und hast du ein Schwert? Ja, hast du. Gut. Wollte ich nur auf Nummer sicher gehen. Obwohl, könnte ich auch zu Not auch mit dem machen. Ah, mal schauen. Erstmal machen wir den weg. So. So, sie müssen wir dann aber schützen. Ich sehe schon, dass das gerade schwer ist. Gut, ich weiß aber, wie ich es mache. Dem ich nehme ich jetzt mit dir. Den Typen angreife. Und du dich. Und den Typen kümmerst. Markus ist krass. Markus ist einfach nur total krass. Das ist total unfair, der Typ. Ähm, so. Du kümmerst dich nämlich jetzt um den hier. Der nicht unserem Melinius auf den Sack geht. Und Hector steckt ein Level auf. Level 4, ach seh. Aber er haut trotzdem schon so rein. Trance. Ich habe eine Idee. Kann ich mir ein Wurfbein nehmen? Und dann kann ich noch angreifen. Jawohl. Ah, fuck. Die Idee war gut. Nur die Arme waren zu kurz. Oder wie war das? Melinius sollte aber einen Angriff noch standhalten. Schade ist es trotzdem. So. Braucht denn irgendwer hier noch Heilung? Rebecca kann ich noch heilen. Gut, dann heilen wir einfach Rebecca. Weil wir es können. Einfach noch mehr Erfahrungen zu sammeln. So. Hoffen dann, dass Melinius dort oben überlebt. Und gehen noch vier. Geht er auch schon Zug. Ah, er haut sogar ab. Sehr schön. Ja, dass er natürlich feige ist und Rebecca angreift, ist jetzt nicht nett. Dass er jetzt feige ist und Priscilla angreift, ist auch nicht nett. Total mies, diese Typen. So, hier. Du gehst erstmal hierher. Und heilst Priscilla. Das ist natürlich schon praktisch. Ich kann die beiden Heiler heilen. Also um auf Nummer sicher zu gehen, ist es mit zwei Heilern vielleicht gar nicht schlecht. Allerdings beide verlieren zu können, wäre vielleicht auch doof. Nee. Dann doch lieber nicht. Ich habe aber eine Idee, wie ich es mache. Ich mache es nämlich so. Greif den Typen an. Na, kann ich leider nicht erledigen. Und pfleg dich jetzt. So. Ganz gut, ganz gut. Ähm. Ja, warum kümmerst du dich nicht um ihn? Bäm. Volltreffer. Sehr schön, Florina. Du wirst uns definitiv momentan schon mehr als früher mit einer Eisenachs bitte auf den Typen. Elevate. Du kannst jetzt auch nochmal angreifen. Zane ist auch verdammt stark. Lässt sich nicht leugnen. So, da oben haben wir noch einen Magier. Und dich klopfen wir noch weg. Bäm. Ach, verdammt. Verdammt, ich noch eins. Warum weicht der denn so einfach aus? So, jetzt aber. Danke. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So. Lone dann bitte mal hierher. Mit dem Langsperr bitte. Hast du einen Langsperr? Ja, hast du. Dann schicken wir dich nämlich auch hierher mit dem Langsperr ausgerüstet. Schon brauchen wir nämlich keine Angst vor dem Magier zu haben. So, warum hat der noch nicht bewegt? Euch beide hier unten. Du hast schon volle Items. Du noch nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal hier rein. Ich glaube, ich gehe nochmal hier rein. Kaufen wir nämlich nochmal Feuer und Heilung. So. Dann habe ich jetzt wirklich so gut wie kein Geld mehr. Ich würde dich gerne mitnehmen, aber ich glaube, dich kann ich jetzt leider nicht mehr benutzen. Ich bin mir recht sicher, dass ich es vorher schaffe, hier das zu erledigen. Der Donner geht vorbei. Der Langsperr aber auch. Unnett. Sagen wir es so. Aber Lone bekommt AP wieder. Halt. Eliwood kommt mit. Der Panzerspeer. Wollen wir doch mal via dir geben. Und ich auch noch. So, ich lasse mal einfach jetzt da, weil das kriegt eh nicht mehr viel, euch da mitzuziehen. Und greifen jetzt hier mal. Na, mit der Eisenlands einfach ran. Jetzt sind ja nah genug dran. Oh, der Donner macht viel Schaden. Aber, K.O. Und Level ab. Lone ist auch sehr stark. Obwohl er ein paar Level tiefer ist, er sane und kennt. Und macht er verdammt gute Arbeit. Nö, er hat einen Donner. Sehr schön. Dann halten wir den Donner erstmal an Melinus. So, mir scheint hier ja schon gar nichts zu sein. So, indem wir angucken, er hat einen Langsperr. Er hat nur einen Langsperr. Level 18. Wow. Ah, da oben kommen noch welche. Hallo. Was wollen denn die Herren hier? Ich würde mal sagen, wir kommen uns lieber mal schnell hier rum. Hier habe ich den schwer gegeben, ne? Hm, komme ich da jetzt mit einer Heilerin hin? Dann Pflege. So, ich nehme aber lieber noch eine Heilerin mit. Dann komme ich mal so langsam, aber sicher mit den anderen allen hinterher. Und bring mich einfach in Stellung. So. Aber noch greife ich nicht an. So. 12x ist natürlich verdammt gut. Weil es glaube ich auch gut gegen Kavalerie war. So war das glaube ich. Und ja. Hat man gesehen. Und gleich nochmal. Aber Hektor ist jetzt wirklich in Gefahr mit seinen 6 HP. Aber naja. Wenigstens haut er alles, was fährt, ist irgendwie weg. So, da kommen nämlich gleich noch welche. Geht hin, Heilmittel bitte. Ansonsten ist Hektor des Tops. So. Du greifst einfach mal mit der Stalax den, Typ, Mann. Und sammelst damit auch noch Erfahrung. So. Und jetzt hier. Lasse ich Markus einfach vorne ran? Oder lasse ich Lohen vorne ran? Ich lasse lieber erstmal Markus vorne ran, wer weiß, wie stark der Typ ist. Angriff 29. Steuerschwert. Langschwer. Ja. Nutzen wir mal eine Stahllands erstmal. Sei bereit, deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Ähm, nö. Keine Lust. Sehr schöner Schaden. Und vorbei. Und ich darf nochmal. Ja, Markus ist gut. Markus ist sehr gut. So. Lohen dann bitte jetzt hierher. Auch noch mit dem Langschwer angreifen. Vorbei. Aber dann getroffen. Und er macht auch nicht so viel Schaden gegen Lohen. Das ist schon mal gut. Dann du. Angreifen mit dem Wurfbeil. Leider vorbei. Und er kassiert aber leider auch einiges an Schaden. Ich greife ihn mal mit Magie an. Ah, leider nicht so viel. Und der tut weh, aber er schafft es sogar ihn zu erledigen. Wow. Schön. Wir wurden besiegt? Welch eine Schande. Schöne Herk. Dafür kriegst du jetzt ewig viel Erfahrung. Und steigst noch ein Level. Schön, schön. Sehr schön. Ernsthaft. Sehr gut. So, wir müssen das Tor noch einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich mit Lindes oder mit Eliwood das machen soll. Ähm. Ich gehe einfach mal Leute heilen. Von wegen freier Erfahrung und so. Weil eingekauft haben wir ja genug. Also das ist kein Problem. So, Pflege. So. So, und gegen die zwei da oben müssen wir uns halt noch verteidigen. Was aber kein Problem ist, weil, ja. Hector macht das einfach alleine. Und holt sich dafür noch ordentlich Erfahrung ab. Steigt noch ein Level. Er ist ja zwei Level gestiegen in diesem Part. Einfach nur, weil er da diese komischen scheiß Lanzentyp wegpfiff hat. Wow. Ordentliche Statusboost. Ja. Das stört ihn nicht mal mehr. Und obwohl der Gegner im Wald ist, hat er einfach keine Chance gegen Hector. Schön, schön. Schön, schön, schön. So, Lindes. Kannst du nur besetzen? Nein, kannst du nicht. Elevut, du musst besetzen. Habe ich noch einen, der Heilung braucht? Habe ich. Klub. Und Level Up für Sarah. Ich meine, beide zu haben ist natürlich nicht schlecht, weil man zur Not wirklich beide nutzen kann. Und Sarah hat vor allem auch viel mehr KP als Priscilla. Aber Priscilla hat halt so einen Bewegungsradius, dass es fast praktischer ist, sie halt mitzunehmen. Dann wiederum allerdings, äh, beide mitnehmen ist halt auch doof. Aber naja, besetzen wir das Ding erst mal. Guck mal, der Bauka, er war ein grimmiger Gegner. Aber, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.